Guten Morgen, liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen mal wieder im Garten, aber heute nicht im eigenen Garten, sondern, könnt ihr es erkennen, im Rigotti-Garten, richtig. Wir sind hier zum Garten-YouTuber-Treffen, um es einzuordnen, heute ist Sonntag, gestern war Sonntag mit dem Livestream, vielleicht hast du es ja gesehen, den Link packe ich dir mal hier unten in die Videobeschreibung. Kannst du sehen, wie viele Leute hier da waren? Da habe ich natürlich einen Film gedreht, habe viele Gespräche geführt, habe auch mal hinter die Kulissen geleuchtet, was so alles für Wohling ist in der Küche und natürlich auch in Rigottis Garten geschaut. Das komplette Video kannst du am Sonntag auf meinem YouTube-Kanal sehen oder heute schon auf Watch Better, den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung.